Wir arbeiten für eine hochsubventionierte Behörde, die offiziell gar nicht existiert. Wir übernehmen, Mappieren. Wer sind Sie denn? Einwanderungsbehörde Abteilung 6. Es gibt keine Abteilung 6. Unser Auftrag? Die Überwachung extraterrestrischer Aktivitäten auf der Erde. Sie sind hier, weil Sie die Besten der Besten sind. Und einer von Ihnen wird es sein. Was gibt es da zu lachen etwa? Ich habe keinen Schimmer, wieso wir hier sind. Ich hole mir einen Kaffee. Möchten Sie auch einen? Nein, danke. Na, wer geht's, Jungs? Alles okay? Bei euch soweit alles klar? Ja, ja, alles klar, alles klar. Ich bin dabei. Von jetzt an verfügen Sie über keinerlei Identifizierungsmerkmale. Au! Sie gehören nicht länger zum System. Man and Black, das sind wir. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist? An mir sieht das Outfit cool aus. Serie 4, Deatomisator. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Närmende Grille. Ach, nö, so ein kleines Ding. Hoffentlich mache ich das nicht kaputt. Oh, es kommt noch besser. Wir haben irgendwo im Bundesstaat New York eine nicht genehmigte Landung. Wissen Sie zufällig, welche außerirdische Lebensform eine grüne Spektralspur hinterlässt und auf Zucker steht? Äh, habe ich das nicht gestern Abend schon irgendwie im Fernsehen gehört? Seht, wir haben eine Schabe. Schnellen Sie sich an. Ich wusste es, dass da ist ein Alien und ihr zwei seid eine Sondereinheit und wollt das Ganze unter Verschluss halten. Na, Henne. Ich zähle bis drei. Der flippt doch immer so aus. Wie wär's mit einer Massage? Drei. Sie sind unsensibler Blöd, Mann. Wir haben ja keine Ahnung, wie das hier jedes Mal brennt. Will Smith. Was bist du eigentlich? Eure Welt geht unter. Im neuen Film des Regisseurs von Addams Family und schnappt Shorty. Men in Black. Sie schützen die Erde vor dem Abschaum des Universums. Geh von deiner blöden Schrottmühle weg und leg die Flossen auf den Kopf. Also auf meiner Abgefahrenheitsskala kriegt er ganz klar eine 9,0. Wenn's euch nicht passt, dürft ihr mich an meinen pelzigen Hintern lecken.